Hallo liebe Fußball-Quiz-Freunde, hallo liebe FC Bayern-Fans, ja natürlich habe ich heute ein neues FC Bayern-Quiz für euch. Ich zeige euch Mannschaftsfotos und ein Spieler ist davon kein Bayern-Spieler. Kannst du alle Spiele erraten? Dann viel Spaß mit dem Fußball-Quiz. Dann kommen wir auch gleich zum ersten Bayern-Mannschaftsfoto, ja! Wer ist hiervon kein Bayern-Spieler? Richtig, Kevin De Bruyne ist kein Bayern-Spieler. Sehr gut. So, zum nächsten Bayern-Foto. Okay, findest du den falschen Spieler? Richtig, Füllkrug ist beim BVB. Sehr gut. So, was haben wir jetzt? Okay. Wo ist der falsche Fußballspieler, der nicht bei Bayern spielt? Sehr gut. Lionel Messi ist kein Bayern-Spieler, nein. So, zum nächsten Bayern-Foto. Okay, wo ist der falsche Fußballstar? Natürlich Neymar. Sehr gut. So, zum nächsten Bayern-Foto. Ja, welcher Spieler hier ist kein Bayern-Spieler? Richtig, Holmingsson ist bei Tottenham. Sehr gut. So, liebe Fußball-Quiz-Freunde, zum nächsten Bayern-Foto. Ja, welcher dieser Bayern-Spieler ist falsch? Und ich danke für ein Abo und danke für ein Like für Werners FC Bayern-Ecke. Natürlich Simons. Er spielt bei RB Leipzig. Und wie viel hattest du richtig? Schreib's auch in die Kommentare. So, wer ist hier kein FC Bayern-Spieler? Sehr gut. Karim Benzema ist falsch. So, zum nächsten FC Bayern-Mannschafts-Foto. Wer ist hier kein FC Bayern-Spieler? Richtig, Mo Salah ist falsch. So, liebe Fußball-Freunde, weiter geht's. Okay, viele Bayern-Spieler, aber einer ist falsch. Wer ist hier kein FC Bayern-Spieler? Richtig, Bellingham ist bei Real Madrid. So, zum nächsten Foto. Ja, wer ist hier kein FC Bayern-Spieler? Welcher Fußballer ist falsch? Richtig, Kevin Trapp ist bei Eintracht Frankfurt. Ja, liebe Fußball-Quiz-Freunde, liebe Bayern-Fans, hat's euch Spaß gemacht. Wie viel hattet ihr richtig? Schreibt's in die Kommentare. Hat's euch Spaß gemacht, dann danke ich für ein Like und danke für ein Abo für Werders FC Bayern-Ecke und verpasst meine letzten Fußball-Quiz-Videos nicht. Viel Spaß noch. Tschüss.